So sicherheitsmal hat sie die Geschichte vom ersten Wochenende, wenn es noch nie gegeben hat, spezielle Zeit, spezielle Umstände. Scheren, auch du siehst sensationell aus. Wir sind safe, jetzt können wir die Weirschleudern holen. Schelke, komm, lass uns. Schelke, was hast du nachher für uns? Was habt ihr vorher? Was habt ihr? Nicht gruselig. Kommt in die Aufgabe von Hose. Vorsichtshalber legt jetzt so die Maske aus den Verschweinereien. Die Seite sieht richtig scheisse aus. Das hast du schon gesagt. Safety first. Schelke, deine Aufgabe erst am Wochenende, wenn du ernossen hast. Also niesen. Herr Cheat, du kannst alle Hilfsmittel brauchen. Das Einzige, was du machen musst, ist niesen. Genau hier drin niesen. Schau, ob das gefeiert ist. Was ist denn mit dem Ellbogen, laut Daniel Koch? Machen wir heute mal Ausnahme. Darum haben wir auch die Schutznahme getroffen. Hahaha, für das Gleiche. Problem Nummer eins, ich kann nicht auf Kommando niesen. Problem Nummer zwei, mein Näschen ist kameraschäuf. Ich habe es noch nie geschafft auf einer Story bei Instagram auch schon wollen. Geht nicht. Jetzt fragen wir mal Dr. Google. Das mache ich ja sowieso gerne. Fremdkörper wie Staub, Bakterien, Viren, Pollen, Insekten oder Nasensekret? Ja, dann probiere ich doch mal das Einfachste. Pollen, vielleicht wirkt es ja gleich. Ich gehe schnell aus etwas holen. Für dich ist er. So, jetzt ein Test. Kein Reiz. Es kützelt nicht mal. Es kützelt nicht mal. Er hat nicht gesagt, dass es mir nicht hilft, Arf, vor der Community. Also wenn Google nicht hilft, kann ich meine Community fragen. Das mache ich jetzt gerade. Er schlug nicht, wenn ich genossen habe. Jetzt meine Frage, ob was du hier niesen musst. Wie kann ich wirklich schnell niesen? Hier reinschreiben, schnell. Hilf mir. Das geht ratzfatz an ins Ding. Staub. Haben wir mehr als genug hier im Emicii-Studio? Irgendwann müssen wir jetzt Staub holen. Aha. Hä? Da kann man schön Saub reinschreiben. Das hat meine Mutter auch gesagt. Schöner Nebeneffekt. Das Studio ist endlich mal super. Dann schlägt du nach Potsdamittel. Tränen in den Augen. Ich habe nie so. Den mit Staub können wir mal knicken. Das geht auch nicht. Hier steht noch, dass der Drillingsnerv dafür verantwortlich ist, dass wenn man ins Licht schaut, jemand die auch niesen muss. Rund ein Viertel der Menschheit ist davon betroffen. Wahrscheinlich nicht, dass ich dazu gehöre. Aber du musst mir die Sonne schauen. Plan B. Die Sonne. Ein bisschen kützeln zu scheren. Das bringt nichts. Ich bin zwar erblindet, aber genossen habe ich ihn immer noch nicht. Augsbrauen zupfen. Aha! Gleiche Augsbrauen mehr, aber nie. Sie muss ich immer noch nicht. Schöner? Dann würde ich mal mit den Nasenhaaren probieren. Ah! Ah! Das tut noch viel mehr weh. Ah! Das treibt mir die Tränen in die Augen. Noch eins letztes. Au! Seht man es? So kleine Nasenherrchen hat der Schelker. Beim Masen könntest du ganze Bäume aus der Nase ziehen. Das ist wirklich eine Dummheit. Mal wieder nicht zu überbieten, diese Aufgabe. Es ist ein Reiz. Es ist ein Reflex. Wieso soll man Reflex provozieren? Es geht nicht. Nächster Input. Pfeffer. Hätte ich ja selber drauf kommen. Bleibt nur hier scheren. Ich gehe hier einkaufen. Macht dir keine Mühe. Nein, ich hatte nicht etwa drei Stunden, um einkaufen. Nein. Pfeffer. Zibbeln schneiden. Wenn alles nichts nützt, wird scharf. Hm. Es riecht schon nie reizig. Scheisse. Es bränt. Es bränt. Aber es kommt nicht. Es bränt so in den Augen. Es bränt so in den Augen. Ah Scheisse. Ah Scheisse. Es geht nicht. Ich schwöre auf alles. Ich hätte schon lange genossen, wenn hier keine Kamera wäre. Kannst du noch ein bisschen näher kommen, Jerome? Ich bin ein bisschen. Nein. Das habe ich auch schon. Du hast schon lange gewusst, dass ich das machen könnte. Schnupf. Es liegt ja auf der Hand, Mann. Schnupf. Ich gehe hier Schnupf offen. Das ist jetzt meine Rettung. Wie viel nimmt man da? Viel? Ist das zu viel? Hä? Ich weiss es nicht. Ist es zu viel oder ist es nicht zu viel? Mir kommen Tränen, aber ich muss nicht messen. Willst du noch ein bisschen näher hinzuziehen? Es macht mich ganz nervös. Ein bisschen Distanz bitte. Distanz. Weck, weck. Schon als Mami hat gesagt, doppelt Gneit hat besser. Preis. Was? Ich weiss nicht, was ich so mache. Ich weiss echt nicht, was ich so mache. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Was machst du, Scherke? Ich hole mir auf die Nase, weil scheins laut Community helfe ich das auch. Ich kann es nicht mehr zwingen. Ich kann es nicht. Oh Mann. Jetzt mache ich das ganze Programm hintereinander. Pfeffer, Schnupf. Ich jäte mir alles hinten. Ich weiss nicht, ob ich dann Langzeitschäden habe. Ja, vielleicht schmecke ich nie mehr etwas. Aber ich habe die Wochenende. Kannst du mir gleich schnell? So. Das sehe ich noch mal. Ich muss, aber ich kann mich. Ey! Ja! 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 Es brinnt. Aber ich habe die Wochenende. Ich muss sogar gerinnen, weil ich die Wochenende habe. Ja!